Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Alexander Kolmogorcev und ich möchte Ihnen heute die neuesten Funktionen und Verbesserungen der Version 20.2 vorstellen. Es gab einige größere Änderungen in dieser Version, hier vor allem das Stichwort Performer Suite. Deswegen war es eine sehr gute Entscheidung, dass Sie sich dieses Webinar hier ansehen. Auch diesmal möchten wir uns vom gesamten Blue Intelligence Team für Ihre tollen Feature Requests, Ihre Verbesserungsvorschläge und die gemeldeten Bugs bedanken. Durch sie verbessert sich unser Tool von Version zu Version. Vielen Dank. Gut, zunächst einmal die allgemeinen Informationen. Vor einigen Wochen haben wir Ihnen eine Mail gesendet. In dieser Mail finden Sie wie gewohnt das Setup. Wir empfehlen Ihnen die 64-Bit-Version runterzuladen und auszuführen. Und vor allem, dass Sie die Hinweise in der Mail beachten, sprich, dass Sie ein Backup der Datenbank erstellen, um Datenverluste zu vermeiden. Und der Hinweis, die Mindestversion muss mindestens 19.2 sein. Das heißt, erst dann können Sie die Version 20.2 installieren und Ihre alte Version updaten. Ein wichtiger Punkt ist auch der, dass wir der Mail auch eine neue Lizenz angehängt haben. Denn die ehemalige Lizenz, die wir Ihnen mal erstellt haben, die Doku-Performer-Lizenz, ist nicht mehr gültig, weil wir ja jetzt die Performer-Suite, einen Product-Relaunch durchgeführt haben. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Müssen Sie während des Updates einmalig diese Lizenz, die wir Ihnen mitgesendet haben, die angepasste Lizenz, in die Applikation hochladen. Und dann können Sie auch die Performer-Suite nutzen. Sie finden eine Anleitung, eine Step-by-Step-Instruction, finden Sie in unserem User-Manual. Hier auch der Hinweis, dass wir unser User-Manual komplett angepasst haben. Das heißt, Sie finden diesmal alle neuen Funktionalitäten im User-Manual 20.2. Dort finden Sie zahlreiche Erklärungen der neuesten Funktionen. Sie finden Infografiken, Tutorials und wenn Sie solch ein Zeichen sehen in der Präsentation, die wir Ihnen auch mitsenden, dann können Sie hier draufklicken und kommen in unser User-Manual und auf der Seite What's New in 22 finden Sie nochmal alle Informationen, alle Funktionen detailliert samt der Links. Und ja, dadurch können Sie sich einfach noch mehr Informationen einholen und können sich noch ein bisschen tiefer einlesen und finden hier auch Dokumente, die Ihnen noch ein paar mehr Informationen geben. Gut, dann kommen wir auch schon zum ersten Punkt, nämlich Performer-Suite. Vor einigen Wochen haben Sie eine Mail bekommen, mit dem Betreff, Loco-Performer ist geplatzt und zwar aus allen Nähten. Darauf möchte ich in den nächsten Folien kurz eingehen, mit folgendem Bild. Dieses Bild und dieses Wesen dürfte Ihnen vertraut sein und Ihnen bekannt sein, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Das wird häufig Dingen zugeschrieben, die alle Probleme lösen und allen Anforderungen gerecht werden. Das heißt, eine All-in-One-Lösung oder ein Alleskönner, einfach für jeden Zweck geeignet. Und intern haben wir häufig den Doco-Performer auch genauso bezeichnet, denn er entspricht in gewissen Teilen dieser Definition. Zunächst einmal die Komplexität, denn anfangs sollte der Doco-Performer nur ein ganz spezifisches Problem lösen, nämlich er sollte Dokumentation von BW-Objekten ermöglichen, die automatisierte Dokumentation. Im Laufe der letzten zwölf Jahre kamen aber immer weitere Anforderungen hinzu, Feature-Requests, häufig von Kunden, die bestimmte Alltagsprobleme hatten oder zeitintensive Routineaufgaben im Business Analytics-Kontext durchführen mussten. Und genau hier haben sie unserer Expertise vertraut, dass wir einen Problemlöser ihnen anbieten. Und das war dann der Doco-Performer. Der Fokus lag dann aber lange nicht mehr nur auf der Dokumentation, sondern wir haben immer mehr Analysen angeboten und später dann auch die Migration und die Übersetzung von BW-Objektbeschreibung. Das führte gleichzeitig dazu, dass das Tool immer komplexer wurde. Das heißt, es kamen immer neue Funktionen hinzu und der Überblick ging immer mehr und mehr verloren. Ein weiterer Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist der Name, denn der Name Doco-Performer ist etwas irreführend, denn Doco beschreibt nur einen ganz kleinen Teil des Funktionsumfangs. Interessenten wundern sich sogar häufig, dass neben der Dokumentation viele weitere Funktionen aus anderen Bereichen zur Verfügung stehen, wie bereits beschrieben, Analyse, Migration, Übersetzung. Uns ist es wichtig, dass alle Anwendungsbereiche unserer Applikation die gleiche Aufmerksamkeit bekommen, damit alle Vorteile für Interessenten und auch für Sie, liebe Kunden, sofort sichtbar ist. Das heißt, wir möchten eine zielgerechte Kommunikation haben. Und das alles waren die Gründe, warum wir uns entschlossen haben, das Produkt aufzusplitten in vier Produkte. Schauen wir uns das mal genauer an. Das heißt, wir haben zunächst einmal den Doco-Performer. Der Doco-Performer setzt sich zusammen aus der Dokumentation und Kommentierung. Das heißt, das Modul Dokumentation und Kommentierung wird vereint im Produkt Doco-Performer. Das heißt, Sie können wie gewohnt über den Doco-Performer Objekte kommentieren und dokumentieren und erhalten technische Dokumentation. Dann haben wir den System Scout. Der System Scout ist der Nachfolger des Analyse-Moduls. Durch den System Scout können Sie Ihre Verwendungsnachweise durchführen, Sie können Datenflüsse visualisieren, Housekeeping-Funktionen ausführen und wir haben auch Data-Linage hinzugefügt zum System Scout. Wenn Sie eine BW-For-HANA-Migration planen und diese beschleunigen möchten, dann können Sie zukünftig den Migration-Booster nehmen. Hier wird das Migrationsmodul angeboten. Wenn Sie Objekte, BW-Objekte, übersetzen wollen und wenn Ihre BW-Beschreibungen nicht gut gepflegt sind, dann können Sie das zukünftig mit dem Translation-Stewart machen. Die Dachmarke der vier Produkte heißt Performer Suite und das ist auch die Applikation, die Sie öffnen müssen. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Die bisherigen SAP-Komponenten, für die die Produkte erhältlich waren, das heißt BW, BO und HANA oder SHC, bleiben die gleichen. Sie heißen jetzt nur Konnektoren. Durch diesen Relaunch konnten wir die Übersichtlichkeit steigern und auch die Komplexität innerhalb der Applikation reduzieren. Was hat sich jetzt genau für Sie geändert? Eigentlich gar nicht so viel. Sie müssen die Lizenz einmal hochladen, wie bereits beschrieben. Wenn Sie verzweifelt nach dem Doku-Performer-Icon gesucht haben, dann müssen Sie jetzt dieses Icon suchen. Das ist das Performer Suite-Logo, das die Performer Suite öffnet, nämlich den neuen Launcher. Der sieht wie folgt aus. Dort können Sie wie gewohnt eine Anmeldung durchführen und anschließend Ihren Startpunkt auswählen. Sprich, wie Sie hier auf der rechten Seite sehen, die Produkte, die wir anbieten, plus den Administrationsbereich. Und zu guter Letzt haben wir die Ribbon Bar etwas aufgeräumt. Das Ganze möchte ich Ihnen jetzt in der ersten Live-Demo zeigen. Das heißt, ich habe hier die Performer Suite, das Application-Icon. Dann öffnet sich dieser Splash-Screen. Ich habe die Möglichkeit, mich mit einem User anzumelden, die UI-Sprache auszuwählen. Das ist alles wie gewohnt. Ich kann auch, wenn ich mich nochmal umentschieden habe, mich wieder ausloggen und einen anderen User auswählen. Hier sehen Sie dann die Produkte, die ich Ihnen vorhin noch vorgestellt habe. Und was ich hier im Endeffekt auswähle, ist einfach nur der Startpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise System-Scout auswähle, dann ist der Startpunkt oben im Ribbon der System-Scout. Und Sie können sofort Analysen aussuchen, die Sie durchführen möchten. Genau. Gut. Wie Sie hier sehen, System-Scout ist bereits ausgewählt. Und das ist auch direkt schon eine der größten Änderungen in der UI. Sie sehen, in der Ribbon Bar sehen Sie eine Doku-Performer, System-Scout, Migration-Booster und Translation-Stewart. Zudem haben wir auch die ganzen administrativen Funktionen verlagert in dem Tab Administration. Hier finden Sie das User-Management. Hier finden Sie die Synchronisation, die Settings und alle template-spezifischen und template-relevanten Funktionen, wie beispielsweise Szenario-Templates oder die Kommentar-Templates. Genau. Also, wenn Sie irgendeine administrative Funktion suchen, einfach unter Administration suchen. Ein kleiner Hinweis noch, wenn Sie eine schnelle Synchronisation durchführen möchten, dann können Sie einfach hier unten auf Open SAP Synchronisation klicken. Das ist auch eine Funktion, die intern sehr beliebt ist, weil man einfach jetzt viel schneller in den Synchronisationsbereich kommt und sofort synchronisieren kann. Gut. Dann gehe ich zurück in die Präsentation. Der nächste Punkt, genau, der Doku-Performer. Machen wir mal mit dem ersten Produkt weiter. Was gibt es hier für Neuerungen? Denn wir haben ja nicht nur aus dem Doku-Performer die Performance Suite gemacht, sondern es kamen auch noch viele weitere Funktionen zu. Der erste Punkt ist der, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, als Admin einen zentralen Exportpfad zu definieren. Das heißt, wenn Sie in den Einstellungen sind, können Sie ganz einfach hier, wenn Sie die Berechtigung haben, diese Checkbox setzen, Global Path for All Users, globale Pfad für alle User, und können einen Pfad definieren. Wenn das gemacht wurde, dann sieht der normale Standard-User diesen definierten Pfad und kann diesen nicht mehr ändern. Der große Vorteil ist der, dass Sie die Dokumentation wirklich zentralisieren können, indem Sie einen standardisierten Pfad auswählen, sodass nicht überall Dokumentationen rumfliegen, weil jeder Nutzer seinen eigenen Pfad definiert, sondern das standardisiert ist. Die nächste Funktion ist der Comment Variant Preview. Das heißt, wenn Ihnen die Kommentarvarianten nicht bekannt sind, eine kurze Zusammenfassung, Sie haben ja die Möglichkeit, Ihre Objekte zu kommentieren, wie man hier auf der rechten Seite sieht. Das ist jetzt ein Kommentar einer Query. Und Sie können auch Ihre Comment Templates festlegen. Das heißt, welche Kapitel sollen Teil des Kommentars sein. Und gleichzeitig können Sie auch Kommentarvarianten erstellen. Das heißt, festlegen, welche dieser Kommentare sollen bei der Dokumentation dieser Query beispielsweise berücksichtigt werden. Und vorher hat man das Ergebnis immer erst in der Dokumentation gesehen. Jetzt können Sie sich schön hier anzeigen lassen, welche Kapitel berücksichtigt werden. Ein Beispiel wäre, wenn ich meine Dokumentation für den Fachbereich erstellen möchte, könnte ich vorab nachschauen, welche Informationen sind drin. Wenn vielleicht zu technische Informationen drin sind, dann kann ich meine Kommentarvariante nochmal anpassen. Wir versuchen auch in jedem Release die Szenarien zu verbessern. Und das haben wir auch diesmal gemacht. Ein paar Highlights zeige ich Ihnen jetzt hier. Die Sortierung der Objekte innerhalb des Szenarios. Das heißt, wenn Sie Objekte einem Szenario zugewiesen haben, beispielsweise eines Datenmodells, dann ist es jetzt so, dass Sie nochmal wirklich festlegen können, ob die Objekte eines Kapitels alphabetisch sortiert werden sollen nach technischen Namen oder nach Beschreibung. Das ist dann für Sie nochmal ein kleiner Vorteil. Sie haben weniger manuellen Aufwand, denn wenn Sie so ein Szenario erstellen, dann wollen Sie ja den manuellen Aufwand reduzieren. Und das haben wir dann nochmal automatisiert für Sie. Wir können das entweder am Kapitel machen, an einem Strukturelement oder global für das gesamte Szenario. Der nächste Punkt sind neue Spalten im Szenario-Grid. Das heißt, wenn Sie in dem Szenario-Directory sind, dann können Sie dem Szenario-Grid noch weitere Spalten hinzufügen. Das war auch ein Wunsch eines Kundens, dass diese Informationen hinzugefügt werden und man noch mehr Transparenz schaffen kann. Die neuen Spalten sind dabei Ersteller, Erstellungsdatum, letzter Änderer, Änderungsdatum. Der letzte Punkt bezüglich der Szenarien, den ich jetzt heute noch vorstellen möchte, ist die Pflege der Szenarien. Das heißt, wenn wir nach einer Synchronisation feststellen, dass bestimmte Objekte nicht mehr im SAP-System existieren, dann zeigen wir diese Objekte an, indem wir so ein kleines X an das jeweilige Objekt hinzufügen. Was wir jetzt Ihnen erleichtert haben, ist, wenn Sie dann diese Objekte rauslöschen wollen aus Ihrem Szenario, weil dieses Objekt existiert ja nicht mehr, dementsprechend hat es eventuell keine Daseinsberechtigung in Ihrem Szenario. Durch einen Klick können Sie die Objekte aus Ihrem Szenario einfach entfernen und können dadurch Ihr Szenario up-to-date halten und aufgeräumt. Ein weiteres Highlight dieses Releases ist Confluence Cloud. Das heißt, ab dieser Version unterstützen wir Confluence Cloud. Sie können in den Einstellungen einen Pfad definieren und genau, in dem Pfad, da können Sie die Confluence URL eingeben, den Space, ob Sie noch eine bestimmte Parent Page haben und anschließend können Sie Objekte dokumentieren und die Dokumentation, das Word-File, wird automatisiert hochgeladen in dem jeweiligen Bereich, den Sie definiert haben. Der nächste Punkt und wenn Sie letztes Mal schon zugeschaut haben, im letzten What's New Webinar oder wenn Sie es schon genutzt haben, Confluence bietet die Möglichkeit, dass die technischen Details, dass Ihre Kommentare, dass sie angezeigt werden, dass Sie sie rauskopieren können und das sieht aus, als ob es ein Volltext wäre. Der nächste Punkt ist der, dass wir uns dazu entschlossen haben, diesen automatisierten Export des Word-Files auch im Automation-Tool anzubieten. Das heißt, Sie können auch hier den Pfad definieren und können dann anschließend dafür sorgen, dass im Hintergrund eine Dokumentation erfolgt. Das heißt, Ihr Datenmodell beispielsweise wird im Hintergrund einfach immer dokumentiert, Ihr Szenario und wird hochgeladen in Confluence. Und Sie müssen eigentlich nichts mehr machen. Das Automation-Tool macht das dann alles für Sie. Wir haben außerdem unser Document Generation Window, Dokumentationserstellungsfenster haben wir nochmal angepasst. Das heißt, es ist jetzt etwas übersichtlicher und Sie können fehlgeschlagene Dokumentationen einfach über Retry nochmal öffnen. Genau. Eine ganz schnelle Live-Demo. Ich öffne den Doku-Performer. Okay, was kann ich machen? Ich möchte Ihnen mal kurz zeigen, wie man so einen Confluence-Export durchführt. Das heißt, ich bin jetzt hier im Szenario-Directory, kann ein Szenario öffnen. Ich habe hier beispielsweise einen Kennzahlenkatalog, das heißt einen HANA Composite Provider mit den berechneten Kennzahlen in diesem Fall. Ich kann nun über einen Rechtsklick sagen, dass die Objekte, die aktuell nicht sortiert sind, nach dem technischen Namen sortiert sind oder nach der Beschreibung. Ich mache es jetzt einfach mal nach dem technischen Namen und dann kann ich noch einen Export durchführen einfach und einen Upload zu Confluence Cloud, indem ich hier draufklicke. Dann muss ich meine E-Mail eingeben. Ich muss einen Token eingeben. Das muss man sich vorher einrichten in Confluence Cloud. Ich klicke auf Connect. Ich kann dann noch ein paar Details festlegen der Dokumentation. Das passt alles so. Und jetzt wird die Dokumentation durchgeführt. Hier sehen Sie auch schon das neue Document Generation Window. Hier beispielsweise auch Dokumentationen, die nicht funktioniert haben. Da können Sie auf Retry klicken und dann wird die Dokumentation erneut durchgeführt. Das Ganze erinnert ein wenig an Chrome. Das heißt, Sie können auch hier bestimmte Einträge wieder löschen, so wie man es aus anderen Browsern beispielsweise kennt. Und wir können hier nochmal ausklappen, um zu checken, bei welchem Objekt die Performer Suite, welches Objekt sie dokumentiert. Ich bin jetzt schon fast beim letzten. Genau, das war's. Hier wird nochmal angezeigt, wohin die Dokumentation hochgeladen wurde. Über einen Linksklick kann ich das nochmal öffnen. Und dann sehen wir erstmal einen Kommentar, den ich gepflegt habe im Szenario. Wir sehen den HANA Composite Provider. Wir sehen den Datenfluss beispielsweise. Das ist jetzt alles hier in Confluence. Das heißt, Confluence hat sich automatisch geöffnet. Confluence Cloud in dem Fall. Und wenn wir runterscrollen, sehen wir ein paar Informationen zum HANA Composite Provider und auch Informationen zu den berechneten Kennzahlen. Hier zum Beispiel die aufgelösten Formeln. Und was ich vorhin gesagt habe, es handelt sich hier wirklich um Text, den Sie rauskopieren können beispielsweise. Obwohl es eigentlich nur ein Word-File ist, das wir auf diese Seite abgelegt haben. Gut, das dazu. Kommen wir zurück zur Präsentation. Und jetzt zum System Scout. Nochmal zur Erinnerung. System Scout ist das ehemalige Analyse-Modul. Beim System Scout war uns vor allem wichtig, das Thema der hybriden Szenarien und der nativen HANA-Modellierung etwas voranzutreiben, weil es ja auch immer wichtiger wird. Und dafür haben wir bei der ersten Funktion beispielsweise den Verwendungsnachweis um HANA erweitert, den BW-Verwendungsnachweis. Das heißt, wir haben eine systemübergreifende Brücke geschlagen von ABAP zu HANA. Und was haben wir genau getan? Der klassische Verwendungsnachweis in dem BW-Connector wurde ergänzt mit HANA. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, die Verwendung von ABAP-Objekten in HANA-Objekten oder auch im Coding zu identifizieren. Das ist vor allem hilfreich, wenn Sie viele Verflechtungen haben zwischen Ihrem ABAP-System und Ihrem HANA-System und wenn Sie die Abhängigkeit dieser zwei Welten einfach sich anzeigen lassen möchten. Ich zeige Ihnen gleich nochmal ein Beispiel in der Live-Demo. Hier auf dem Bild sieht man zum Beispiel auch so einen Verwendungsnachweis. Darauf gehe ich gleich nochmal ein in der Live-Demo. Dann haben wir auch den Datenfluss erweitert. Auch hier, wenn Sie ein hybrides Szenario verwenden, also Mixed Scenarios, sprich so in dem Fall einen Datenfluss, ein HANA Composite Provider, ein BW-Datenfluss, dann sehen Sie, dass wir auch jetzt hier die Calculation Views anzeigen. Wenn Sie auch vom HANA Composite Provider konsumiert werden, dann werden Sie hier auch mit angezeigt im Datenfluss. Das HANA-Coding kann jetzt komplett durchsucht werden. Vielleicht ist einigen der Zuschauer ja der ABAP-Scan bekannt. Analog dazu haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, Ihr HANA-Coding komplett zu durchsuchen und mit nur einem Knopfdruck alle Abhängigkeiten zu identifizieren. Genau, das zeige ich Ihnen gleich auch nochmal in der Live-Demo. Sie können auch eine Bestandsaufnahme Ihrer HANA-Systeme durchführen. Das ist eine hilfreiche Hauskeeping-Funktion, wenn Sie feststellen möchten, welche Objekte habe ich überhaupt in meinem HANA-System. Dann können Sie ein Vergleichssystem auswählen, sind ja schon in einem System angemeldet und dann sehen Sie die HANA-Objekte nur in dem angemeldeten System, im Vergleichssystem und dann die Objekte, die in beiden Systemen vorkommen. Dann können Sie sich anschließend noch die Unterschiede anzeigen lassen. Das heißt, wir haben links vielleicht das Entwicklungssystem, rechts das Produktivsystem und können uns dann schön durch die bedingte Formatierung Unterschiede anzeigen lassen. Gut, schauen wir uns das Ganze auch nochmal im Tool selbst an. Da veröffne ich den Doku-Performer, wechsle das System, unser BW-4HANA-System, in dem Fall. Was kann ich jetzt tun? Ich wähle jetzt beispielsweise diesen Composite Provider, Set Pur, und führe nun einen Verwendungsnachweis durch. Wie bereits gesagt, können Sie in diesem Fenster jetzt fest, können Sie HANA ankreuzen, in dem Fall, das heißt, die Verwendung im HANA-System wird geprüft und was wir jetzt sehen, ist in dem Fall zunächst die Verwendung in BW-Objekten, wir sehen auch in B.O., aber auch, wie bereits gesagt, in HANA. Und warum wird das hier angezeigt? Weil wir in Eclipse diesen externen HANA-View generiert haben, basierend auf einer Query, das heißt, so ein Calculation-View wurde basierend auf einer Query angelegt und diese Query bezieht Ihre Daten nun mal vom HANA-Composite Provider und dementsprechend wird jetzt die Verwendung auch hier angezeigt. Das heißt, wenn Sie in dem Fall solche externen HANA-Views verwenden, dann ist es nochmal eine sehr gute Möglichkeit, um sich nochmal einen Überblick zu verschaffen, das Ganze sich nochmal anzeigen zu lassen. Was Sie vorhin schon gesehen haben, war der Datenfluss, über einen Rechtsklick kann ich mir den Datenfluss anzeigen lassen und dann sehe ich auch, wenn beispielsweise Calculation-Views in das Datenmodell verbaut wurden, dann das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, dann wird das hier auch mit angezeigt und auch nochmal Layern zugewiesen. Ich kann auch an der Stelle, wenn ich nochmal einen Deep Dive machen möchte, könnte ich zum Beispiel noch mir den Aufbau anzeigen lassen von diesem Calculation-View und dann würden alle Fälle nochmal angezeigt. Das heißt, wie Sie sehen, wir verschlagen wirklich diesen Brücken. Sie haben nur die Performance-Suite geöffnet, den System-Scout, können aber Ihre BW-Daten analysieren, können sofort abspringen in Ihre HANA-Objekte und das ist auch unser Ziel, dass wir immer weiter die Brücken schlagen zu ganz vielen SAP-Lösungen. Gut, die letzte Funktion, das ist der UpUp-Code-Scan, den würde ich auch noch schnell durchführen. Ich wechsle ein HANA-System, die Funktionen finden sich hier unter Where Used und dann Code Scan. dann gebe ich hier beispielsweise Select ein und hier gebe ich R, S, O, A, D, S, O, A das ist der Tabellenname von einem BW-Objekt. Da hatte die Funktion, das heißt, Sie können auch nach mehreren Stichwörtern gleichzeitig suchen und schon haben Sie Ihr gesamtes System durchsucht auf Knopfdruck und können, ja, sehen im Endeffekt Abhängigkeiten, können bevor Sie irgendwelche bestimmten Tabellen löschen oder irgendwelche Objekte nochmal feststellen, ob es irgendwelche Verbindungen zu anderen HANA-Objekten gibt und wo bestimmte Statements auch hier in dem Fall vorkommen. Gut, dann bin ich schon fast am Ende der Migration-Booster. Das heißt, auch hier gab es ein paar Veränderungen. Zunächst einmal können Sie Objekte komfortabel aus dem Datenfluss sammeln, das heißt, für diejenigen, denen der Migration-Booster nicht bekannt ist oder das Migrationsmodul, der Migration-Booster ist in Projekte gegliedert und innerhalb dieses Projektes können Sie Objekte aus Ihrem Alt-System integrieren, importieren, sie anpassen und dann exportieren in Ihr BW-4HANA-System und vorher musste man das immer im Migration-Booster erledigen. Jetzt können Sie beispielsweise aus dem Datenfluss, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, ganz einfach die Objekte auswählen und im Kontextmenü können Sie anschließend die Objekte einem Projekt zuweisen, einem Migration-Booster-Projekt und können dann im nächsten Schritt die Objekte in das Projekt integrieren, importieren, Sie anpassen, in BW-4HANA-Objekte umwandeln, das heißt, aus den DSOs werden dann ADSOs und können die Objekte dann im letzten Schritt exportieren in Ihr BW-4HANA-Zielsystem. Eine weitere Funktion ist Backup-Queriedata, das heißt, unser Ziel war es, dass diese Diskussion ein Ende haben, ob kaum genutzte Queries bei einer BW-4HANA-Migration berücksichtigt werden sollen oder nicht. Das hat jetzt ein Ende, denn Sie können einfach als Zwischenlösung sagen, dass Sie Queries auswählen, wo Sie sagen, okay, die werden eigentlich kaum genutzt, die brauche ich eigentlich nicht in meinem neuen BW-4HANA-System und können sie dann anschließend exportieren. Sie können sie downloaden quasi und daraus werden dann PSFF-Files generiert, das ist ein Format, das wir entwickelt haben und Sie können dann später diese Files einfach wieder hochladen in den Migration-Booster und da wir in diesen Files den gesamten technischen Aufbau, die Query-Definition berücksichtigen, können Sie die Queries wiederherstellen und auf einen Ziel-Provider schreiben, beispielsweise auf einen HANA-Composite-Provider, den Sie angelegt haben. Translation-Stewart, da gab es nur ein paar Änderungen, das heißt, wir haben eigentlich nur die Workspace-Aktualisierung etwas verbessert, wenn Sie Ihr Wörterbuch pflegen. Das Wörterbuch an sich wurde global platziert, hier oben und Sie können jetzt sofort darauf zugreifen, ohne erstmal irgendwelche Objekte in den Workspace ziehen zu müssen, aber das war eine eher kleinere Usability-Änderung. Gut, dann nochmal ganz kurz zur Roadmap, bevor ich diese Präsentation beende, was planen wir für 2023? Nun, vor allem möchten wir diese Confluence-Integration verbessern, zudem wollen wir einen SAC-Connector etwas ausbauen, wir wollen Verwendungsnachweise anbieten und Datenflüsse, um auch hier wieder die Brücke BW und HANA zu schlagen, gerade was die Verwendung von BW und HANA Objekten in Models angeht. Wir möchten die Szenarien verbessern, das heißt, in dem Fall eine Funktion anbieten, mit der Sie die Szenarien downloaden können in ein wieder importierbares Format, wieder PSFF und anschließend und anschließend können Sie die Szenarien, diese Files wieder hochladen in einer anderen Instanz und zu guter Letzt noch die Möglichkeit, Kommentare von einem Objekt zum anderen Objekt zu transferieren. Vor allem dann relevant, wenn Sie einfach sagen, ich habe jetzt einen Kommentar, beispielsweise habe ich eine BW-V-HANA-Migration gemacht und würde gerne die alten Kommentare meines Altsystems zu einem Objekt zuweisen aus dem neuen BW-V-HANA-System. Gut, die letzte Folie, bevor ich das Webinar beende, wenn Sie jetzt Produkte gesehen haben, die Sie noch nicht kennen, aber wo Sie sagen, das sieht ganz spannend aus, das würde ich gerne mal selbst ausprobieren, dann besteht die Möglichkeit, eine 30-tägige Testversion bei uns zu buchen. Das ist alles kostenlos, also Ihnen steht der gesamte Funktionsumfang zur Verfügung und Sie können sich einfach mal selbst einen Eindruck verschaffen darüber, was die Tools so können und vor allem das Wichtigste an Ihrem System mal testen, wie Ihnen die Produkte der Performance Suite weiterhelfen. Wir bieten Ihnen auch einen Testing Guide an, individuelle Web Sessions und wenn es wieder möglich ist, sehr gerne auch Vor-Ort-Termine. Gut, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass Sie auch bei den zukünftigen Webinaren dabei sind und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Ciao.